so ein wunderschönen guten morgen liebe Leute und willkommen zu Hogwarts Legacy wo ich jetzt einen neuen Charakter stelle und dann in das Haus, es wird dann gehen weiter ja, das kennen wir ja schon hey, das ist doch weg, ja was auch, der hatte überhaupt nichts unterrichtet Veranstaltung oh man Gesichtsformen ja was hatte ich da vorhin Hautfarbe ach Gott, ja naja ja, nicht ja, das habe ich mir schon entschieden und das geht gut und dass Nur die Hauptarbeit habe ich mir jetzt gerade unsicher, irgendetwas grünes auf jeden Fall. Nehme ich das hier? Also richtig dunkelgrün. Ah, ist die Joe-Horse, okay. So, so. Was hatte ich da gerade eben noch? Das hier? Sieht gerade noch irgendwie am besten aus. Ach das Scheiße, was ist das denn? Nehme. Hey, sind das jetzt nur noch weibliche Frissern? Ich dachte, das wäre alles so richtig im Ernstall. Das ist schon wieder männlich aus. Ich dachte, meine Frisur, die ich da am Anfang ausgewählt habe, war irgendwo oben, aber ich sehe es einfach nicht. Oh, was war das jetzt? Oh, merkwürdig. Ja, hab ich jetzt irgendwas mit deiner Anschlagung wieder umgehörnert? Hm. Hm. Ah, kippst die Frisur nicht mehr oder was? Renni, das hatte ich glaube ich. Oder? Ah, ich glaube ich hatte die für so. Ich weiß, das ist irgendwie doch anders im Körper. Ich weiß, das ist irgendwie doch anders im Körper. Was war die nahe da? Ich weiß nicht. 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 Ohne Frisur. Ich weiß nicht. Die Gesichter sind ja echt komisch. Ich weiß nicht. Tja, jetzt kann ich mir nicht so richtig anschauen. Tja, jetzt kann ich mir nicht so richtig anschauen. Tja, jetzt kann ich mir nicht so richtig anschauen. Ja, komm. Gesichtsfahrer. Ja gut, das sieht man aber nicht so richtig. Okay. Wir gut. Okay. 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 Oh, ne Augenbrauen. Oh, I don't know. Oh, I don't know. Okay, ich lasse das so. Oh, ne Augenbrauen. 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 Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Der Unterschied ist enorm. Das war gar nicht schlecht. Von mir aus kann's losgehen. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage ihnen zu helfen. Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Ach komm. Okay. Ich hab schon ungefähr einen Namen. Äh ja, irgendwie mag ich den Namen einfach. Das passt. Ja, aber sonst, ich wusste auch natürlich, ähm. Ja, ich meine, der Name ist schon irgendwie ansprechend. Na ja, komm, bevor ich hier stoppe noch herum, spiele wegen den Namen und so alles, nehme ich das jetzt so einfach hin. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit ihrem eigenen werden sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das schwirrt. Ach du Schuss. Eliezer! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die gerade Besucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Liebe nicht hier, Eliezer. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee, solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts hat. Nach Ihnen. Ehe, ich bin zu tief. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Ich dachte, das würde passen, aber... Ah ja, gut. Wird mir eine andere Stimme besser gewesen. Ah, weg zu Rookwood. Oder? Ja. Das war auf jeden Fall Rookwood. Gut, wenn Sie morgen die noch raussehen. Gut, ich noch vor, der Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir, ich fange in der fünften Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen fünf Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit vier Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semestern auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Figg ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Das Ganze gekicher. Hast du das gesehen? Oh ja. Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen... Dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Kobold-Metall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Das Merlins Bad. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht, was... Oh. Was ist mit ihm eine Kusses? Na gut. Ah, der hat Disappariert, okay. Der Kutscher. Interessant. Ja, da habe ich die letzte Mal nicht aufgepasst. Ich denke, ich werde mich hier mehr auf die Aufträge konzentrieren und Erkennen und alles eher am Ende. Was ist mit ihm eine Kusses? Sie sind verletzt? Nur ein bisschen. Hör mal machen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Trank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Mal schauen. Auf jeden Fall würde ich hier schon andere Sachen machen. Ein bisschen anders. Das darf man mal angehen. Was ist mit dem ersten Spieldurchlauf? Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Port-Schlüssel. Port-Schlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber... Bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Das ist brauner Mantel mit einem Rock. Sie sieht irgendwie schon mal so aus. Wie weit hat uns der Port-Schlüssel geführt? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Burgland. Sir, diese Ruin. Der Port-Schlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber mehr als ihm hat George den Port-Schlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Woher hatte Ihre Frau den Port-Schlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Oh, okay. Oh, okay. Jetzt erscheint nur eine Basis-Zauberer, denkst du ja. Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Basis-Zauberer, ne? Ausgezeichnet. Das war etwas häufiger als erwartet. Zum Eifer des Gefechts, äh, richtig... ...Ziele, äh, um zu wechseln, um zu wechseln. Aber gut. Irgendwann hat er meistens mal schon, wie wir uns da anschauen. Okay, geht nicht. Ich wollte jetzt nur schauen, schwer ist das jetzt? Auf schwer habe ich ja gestellt. Oder? Was ist das? Ach, hier im Moment, glaube ich. Ja. Ist ja... Moment mal. Ich konnte dann auch weitermachen? Achso, da geht's dann auf... Achso. Ne, da öffnet sich das, okay. Dann gibt's noch Geschichte, was noch einfacher ist. Es ist leicht. Oh, wow. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Ich will mich anstellen, Werder. Ich kann nicht hier weiterlaufen. Hier ist nicht zufrieden. Da ist tatsächlich eine Truhe. LOL. Ich glaube, das habe ich zuletzt nicht... ...entdeckt. Oder bin ich da am Anfang mal hingelaufen? Ich glaube nicht. Ne, meine erste Truhe war woanders. Nicht mehr weit. Gleich davon. Interessant. Dann ist da die allererste Truhe. Bleiben Sie ruhig. Preparung. Danke für dein Feuer. Die Noade. Na, da kann ich nicht drüberspringen. Nee, ist mir vielleicht noch ein bisschen zu hoch. Aber hier kann er kein langlaufen. Wo auch wieder eine Truhe ist, ey. Oh, da bekomme ich ja Geld. Für deinen Anfang. Schön. Ah, da ist schon wieder die eine Puppe da. Was hat das zu bedeuten? Ist das so ein Easter Egg-Train? Ich kenne leider nur die Hauptfirma von Harry Potter und die Bücher habe ich vor lange Zeit mal gelesen. Ja, keine Ahnung. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Puppschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergewöhnt. Ich sehe und kann das nicht hergewöhnliche Geräusche an dir. Of course erinnert. Halten wir die Augen. Wir schätzen genau. Kann ich da runter? Nee, oder? Krieg ich dafür wohl anscheinend noch mal sterben? Aber ich kann da hoch, oder? Okay Ja, bin gespannt, ob die Gewinner jetzt ein bisschen anders sind Ja, das hat sich schon ein bisschen merkwürdig an Schlimmer, aber gut Hatten die ja einfach nicht genug Sprecher Was ist das? Rucker ist auf weg! Oder, nee, nicht zu viel der... Hauptstimmen Ähm... Wie seltsam Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts Ich werde das leuchten Wie auf dem Portschlüsselbehälter Wie auf dem Portschlüsselbehälter Das ist Berlins Namen Mein Gott, Ricks Herz Wo sind wir? Ja Das glaube ich nicht Interessant Ah, ich kann doch laufen... Interessant Nichts Nichts, okay Ach, Sion, da ist tatsächlich eine Truhe Was ich hier jetzt schon wieder alles entdeckt Äh... Aber... Was sind wir... Weil man jetzt mal eingegangen ist Gut Sehe ich hier irgendwie noch eine Truhe oder... Wo ist das? Ich glaube das reicht jetzt Ja... Ne... Hier ist keine weitere Truhe Dann wirken wir mal an der Kobold auf... Und da aufzuwecken Wobei er eigentlich macht das dann doch perfekt Das ist perfekt Dass er davon auf... Wacht Unmöglich Einen Moment Willkommen bei Gringotts Zaubererbank Verlies 12 Nehme ich an Ganz genau Schlüssel Hm? Der Schlüssel ihrer Frau Oh... Ja, natürlich Hier entlang Bleiben Sie bei mir Nach ihnen Lassen Sie Ihre Hände im Wagen Wenn Sie sie behalten möchten Lassen Sie Ihre Hände im Wagen Hm, jetzt kenne ich mich um einen Sinn. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte! Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Auge von ihm. Diese Verliese sind am neuesten. Sind die Wannereingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit! Nur jemand mit fliem Geld oder Macht oder beidem könnte euch einen Dienst beanspruchen. Lief die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall ist fern alle Verzauberungen. Eine Segensmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten! Ein gutes Stück liegt noch vor uns. Hm, interessant. Verlies Nummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Herr Professor, was ahnt man, dass der Koboldtunk hat geleuchtet? Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter? Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Das wurde auch nie so richtig erklärt, was genau das Halsband bedeutet oder was das macht. Da sind wir. Da habe ich da nicht drauf gepasst. Naja. Hier lebt das jetzt eh noch alles einmal. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Muss auch ein langweiliger Job sein, ne? Sein ganzes Leben lang. An einer Stelle zu stehen, um auf Besucher zu warten, die nicht kommen. Das ist wirklich für einen Kobold oder für einen Verlies eine Aufgabe gibt, ähm, darauf zu warten, bis da jemand kommt und er das Verliesen möchte. Was meinen Sie, wonach wir suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Wenn ich den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Hm. Revilio vielleicht. Revilio? Ja. Ein Entfüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstaben bereithalten. Na gut. Revilio. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls ich Ihnen einen Weg offenbar, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Hm. Hm. Ich sehe da vorne etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder, aber auf dem Boden. Luba! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Hm. Rebellio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt. Das stimmt nicht. Halt. Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Und das ist ja eine Lumos. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zur Mutter. Ja, das hört wirklich dem Licht. Ach du mein Gott. Das wird jetzt lustig. Und letztes Mal habe ich mich da auch schon ziemlich normal gesteckt. Ja, der zaubert jetzt alle Zaubersprüche, die wir nach dem Lauf wieder selbst werden. Okay. Das ist super, aber wir haben ja auch schon automatisch. Oh Gott, ich hätte gedacht, der geht auf mich, ja. Ja, von denen bekomme ich leider keine HV. Oh mein Gott, das kam ein bisschen zu schnell aus. Hä? Professor Feig? Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Das ist nichts. Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ah, dorthin fühlen Sie mich. Das Leuchten wieder. Hm. Hm. Okay. Das Feichen kann ich immer noch nicht, oder? Ne. Wahrscheinlich erst, wenn ich zum Gemeinschaftsraum komme. Das ist möglich. Na gut. Okay, wo ist hinten die Drei Statuen? Warte. Warte. Ich muss erstmal der Video machen. Du bist auf mich allein gestellt. LUMOS. na komm ich muss dann jetzt auch noch aktivieren ach so oh wow, das kommt jetzt schnell stop 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 Habe ich es jetzt vorhin schon dreimal gemacht, ne? Oh Mann, mein Gott. Jetzt weiß ich... Oha, das war kräftig. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen den Schwierigkeitsgraden. Äh, ja, ok, wahnsinnig schnell, ey, das geht. Ja, auf normale oder auf eine niedrige Schwierigkeitsgrad hätten die länger gebraucht für... Denk ich mal. Ja, jetzt weiß ich nichts mehr. Ja, muss ich wieder Lumos machen. Interessant habe ich jetzt schon mal deutlich besser hinbekommen. Uh... Oh, komm her! Oh, komm her! Oh... Oh. Oh, Gott. Kann ich das auch sein lassen? Ah, okay. Interessant. Das geht dann erst aufwendig, das untersucht, aber... Aber was sehe ich hier? Noch eine Treue. Loll. Kann ich wieder zurück? Ja. Na ja. Okay, ich kann hier keine Throne aufschwimmen. Aber hier scheint noch eine Treue zu sein. Okay, cool. 53 Uhr. Wie viel habe ich denn jetzt? Achso, ja, ich kann das immer nicht. Nachsehen. Ich brauche jetzt mein Armbruch. Da sind Sie ja. Aber wir haben Sie... Aura, ich muss das auch sagen, ja. Wir sind hier. Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden, schwebend über dem... Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium. Um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. 1966 Was Pressey ist es großartig. Mal sehen Sie. Mal sehen Sie. Mal sehen Sie 지금. Mal sehen Sie. Mal sehen Sie. Mal sehen sie. Ah, die machen da den Kartenkammer. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber so, Sie sollten nicht hier sein. Ach, der wird dann noch aufgegebracht. Renrock, mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verlies-Schlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das... Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und sie hatten... Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun... Wo waren wir? Ich gebe Ihnen da nichts. Hm, tja. Vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Ich gebe Ihnen da nichts. Und wie kommt es doch zu, dass du dann auch so viel weißt? Ich bin hier, Elsa. 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 Ja. Oh. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobalt. Meine... Magie scheint Ihnen gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Ja. Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Ich muss mir das tatsächlich nochmal anziehen. Das was wir da aufgenommen haben, das war aber irgendwie ein Flaschchen oder so. Oh mein Gott, hab ich wieder zu wenig aufgepasst oder was? Naja, muss ich das nochmal anziehen. So, dann werden wir jetzt... Musst du wieder übern gehen. Das ist dann der erste Unterschied. Oh Gott, die Einführungsfeier ist auf dem Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renlock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich. Ach, oh Quatsch. Danke. Danke. Danke für die Einführungsfeier. Wenn wir nur noch zurück am Haus angehören. Ja, dann sieht man schon den Professor. Das ist so. Ja, dann sieht man schon den Professor. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab... Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde. Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Wenn ich will... Ja, ja. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für uns? Ich war jetzt aus Ravenclaw. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Achso. Ja. Der eine Stuhl in der Mitte ist. Und dann den Schulleiter und der daneben ist. Du bist etwas höher als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ich freue mich schon darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Hm. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Hm. Interessant. Hm. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Hm. Was ist es nur? Was ist es nur? Ist es Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Hm. Hm. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eineselben für dich bist. Ja, könnte es uns ja nachzulören. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Mein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Du gehörst 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 nach Slytherin. Ja, es ist gut. Hörst du. Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden, aber Sie sind sicher bereit dafür. Ich bin auf den Gemeinschaftsraum in Slytherin. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Was ist der so? Es ist einfach nur eine Wand, okay? Aspiration. Okay. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern, Sie. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Das sieht schon mal deutlich anders aus. Interessant. Ja. Was? Wenn, äh. Ist, welz? Oder nee, das ist ein Car. Oder? ja doch kennen wir ja, Kist-Welds Kist-Welds, ok naja, sieht auf jeden Fall interessant aus das ist ne Trohe das kann ich aber nicht aufmachen ok ja, gut, ich brauche erstmal mein Handbuch, aber jetzt sollte ich speichern können ah, ok, für jeden Charakter hast du eigene Speicherplätze gut das sind drei, sechs, zehn ok, du, ja, gut, zehn Speicherplätze für jeden Charakter gut ich glaube aber dann nach dem vierten Charakter ist dann Schluss aber das sieht so gewaltig anders aus, krass bin dann echt auf die andere Gemeinschaftsräume gespannt ha, da ist ne Trohe, die ich auch machen kann Megapowerdrang, schön wirklich interessant ja, ich muss erstmal die ganzen Zauber wieder lernen ah, ich wollte jetzt schon wieder ein Feuerzauber anwenden aber das muss ich erstmal lernen wie hab ich sonst nirgends wo ne Trohe na ok die Zimmer Zimmer schein also hier beden nein, Zimmer geht schon ein bisschen weg aber gut, die brauchen auch Platz boah, da müsste es ja sehr viele Zimmer geben gut da ist ne Trohe, ok so weit ging meine Revision gar nicht die Musik hier in der Gemeinschaftsräume ist auch wirklich, ähm zu schön für das Haus ok ah interessant also da muss ich schon wirklich zugeben, dass mir das hier mehr gefällt ist von der Werbung ja klar ist das jetzt mein Zimmer, oder? ach, keine Ahnung ich glaub schon, oder sehe ich, äh, da irgendwo was kann man nur ein post ich glaub' er nicht noch nicht naja egal und da kann ich mir einen Abfall genehmigen ok was ist das hier? ach, die von den Siebtklässern, oder? ach interessant aber schon die Automare spüren oder? die die Automare spüren lol oder? Ja, da ist er... Ach, komm, der ist er... Oh, das sehen wir, die Kugeln geschlagen werden und nicht, dass nach den ersten drei Spielzügen das Spiel wieder vorbei ist, wenn man das nicht wirklich sieht. Gut. Ich guess ich komme von hier aus raus, oder? Ach nee, ich komme hier durch, Leute. Ist das die Haustruhe? Nee. Ich glaube, die ist in dem Gemeinschaftsraum. Interessant, dass dahinter eine schwere Tue versteckt ist. Da scheint auch noch eine Tue zu sein, die aufgeht. Ah, Schloss 2 baue ich dafür, na gut. Da muss ich dann wieder demige als zu. Was war das jetzt? Ach so. Ah, schön ist es hier. Ja. Ja, bin dann auf die anderen Gemeinschaftsräume gespannt. Dich habe ich noch gar nicht gesehen. Uff, ist mir nicht wirklich aufgefahren. Uff, ist mir nicht wirklich aufgefahren. Da ist auch still der Hammer, klar. von dem Tierwiesen anzurecht. Oder war da... Nee, Moment, der war's lüder. Das ist der Typ, oder? Das ist der Typ, ja. Oder hat sie mir sehentlich geklärt. damit der die schüler und die beiden aber wir haben glaube ich oder war das andersrum keine ahnung ich sollte mich vielleicht mal vorstellen die neue fünfte ist drin muss komisch sein wenn man in fünften jahren poppots ansehen gut wohl herkommt wäre fast drachenfutter geworden wie der arme mann vom ministerium hast du gesehen wie sie am ende der einflugungsfeier gestern einfach reinmaschiert ist seltsam so spät mit der schule anzufangen ok ja moment mal was haben wir dann noch ein griff von lord soll ich mir ja da werde ich mich sicher dann wenn ich mich für das was entscheide bei nati vorstellen dürfen und garrett und leander ist glaube ich ich meine ich habe jetzt auch minus und zerschen bei dem ich mich vorstellen darf ja interessant das sind hat so was habe ich denn bei haften profsern naja poppy die anderen wollen ja keine ahnung ok dann fangen wir mit sebastian an kann ich dir helfen du bist neu in der fünften ich bin sebastian cello willkommen bei slytherin danke nicht jeder wird vom ministerium zur schule gebracht das war ein freund von professor feig der zufällig mitgekommen ist trotzdem beeindruckend wirklich übel der arme schön dass es dir und feig gut geht professor feig und ich haben nur mit glück überlebt scheint so und wie seid ihr entkommen ehrlich gesagt geschah alles viel zu schnell ich wollte nicht aufdringlich sein erholt ich erst mal wir können später reden eigentlich würde ich anders und worten aber gut ist jetzt zu spät egal welches buch liest du da ein zauberbuch da stehen zwar interessante dinge drin aber nicht das wonach ich eigentlich suche bestimmt findest du es bald selbst heraus aber in unseren büchern stehen nicht alle zauber die man benötigt ich habe mich gefreut sebastian ich lasse dich mal weiterlesen hat mich auch gefreut viel glück heute aber wie gibt es zwei plätze dann kann ich das gespräch ja irgendwann wiederholen ist ja nicht so als würde das dann irgendwie ein unterschied mit der story machen ja eine kleine herrn ich hat eine schütze kann ich Das kann ich gar nicht tun. Ich habe mein Exemplar von 1.000 Zauberfräuter und Pilze nach Fräuterkunde im Gewächshaus vergessen. Bei dem anbraunen seltenen... Du das nicht! Dann verlierst du! Glaub mir! Er meinte, ich sollte lernen, Prioritäten zu setzen. Okay, es reicht. Die quatschen nur der Ausstände gerade. Oh, das würde ich mir überlegen. Die Spindersprache auch, geil. Ja, das ist ein bisschen nix. Gut. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier! Aufgepasst! Ich hab dich gewarnt. Schachmatz! War klar! Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß wer du bist. Du bist die neue Slytherin, die gestern mit Professor Fake hereingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag. Die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fake und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Wir haben es auch so geschafft. Und ich glaube, du unterschätzt Drachen. Ein Besen wäre Zunder gewesen. Ha! Nicht bei meiner Flugtechnik. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Naja. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts besseres als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditchfeld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Naja. Wir sehen die Melder. Hat mich gefreut. Äh, bei Hufflepuff? Weiß ja nicht, da fällt mir gerade echt nur... Poppy ein. Ja, von einer anderen Seite, da hatten wir schon mehr gemacht. Äh, mit mehr Schülern zu tun gehabt. Ich... ich glaube, ich hab was gehört. Hm. Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl die neue Fünftklässlerin. Ich bin Orminous. Orminous Gaunt. Hat mich gefreut, Orminous. Seine Ankunft war gewiss denkwürdig. Hm. Okay. Tja, ich wollte gleich damit anfangen mir einen Namen zu machen. Aha. Du bist ganz klar im richtigen Haus. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie, väterlicherseits, stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblut-Fanatiker. Ja. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Naja. Meinte dieser Jüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Hahaha. Ja. Aber ich hab noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklister halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Interessant. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Hm. Das war eine Gespräche dann, also. Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Weile McDougall. Okay. Und wie sind sie am Kircher drin? Also. Sieht man. Da aus dem Gemeinschaftsraumfenster. Das. Den See. Das See. Ja. Cool. Ah. Wirklich schön. Also. Das. Ja. Das. 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 Boah. Wo ist die Haustnung oder kommt die erst sobald man die Quest gestartet hat? Weiß nu jemand wo ich hü mentale Giftfilze finde? Manche regelnist eliminated aus. Ich lass mich jetzt ausprobieren werden. Ah, okay. Von hier aus komme ich raus. Interessant. Moment. Okay. Ach ja, da ist das. Wo ich einfach bekomme. Das dürfte man zum Besuch sein. Ach, da ist auch eine Truhe. Okay. Die ich nicht aufmachen kann. Naja, doch gut. Interessant. Ah, da geht es dann raus. Okay. Wo war die Violet McDowell jetzt? Kann ich hier jetzt nichts sehen, oder? Naja, gut. Ach, da ist die Austrohler. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Hm. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der fünften Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums, haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Okay, das ist der Eingang. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebungsschulen. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Ach, das wird dann die erste Handbuch-Sorte werden, die ich aussammele. Wirken Sie doch mal Reveglio auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Reveglio. Ja, die Statue steht in Cal wieder. Hm. Hab ich schon mal vergesen. Sind die einzige Möglichkeit, schön wie das großgeschrieben und fett dasteht. Ach, muss ich, ja gut. Okay, das geht der Art. Und wenn maximal nur 5, 6 Rege. Wie viel diese Mitmeldungsprüfung ist so bei Schaden gelöst wurde. Aber gut. Belohnung müssen dann ja eingefordert werden. Mhm. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Warum darf ich nicht laufen? Interessant. Ach, das kommt da einfach aus dem Boden. Interessant. Oh, da ist ein Flo-Flammer okay. Ach, das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flo-Flammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Ah ja. Wie vor der Haupthalle habe ich aber noch nicht entdeckt. Na gut. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Naja. Die große Treppe. Was? In dieser Ansicht kannst du die Flo-Flammer sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flo-Flammen zeigen von dir entdeckte Flo-Flamme an, einschließlich des Gemeinschaftsraum in deinem Haus. Graue Flo-Flammen markieren den Standard unentdeckter Flammen. Zur Karte, zur Körner. Auf der rechten Seite der Karte findest du interesse an der Akademische Einrichtung wie den Astronomie-Turm, die Bibliothek und die Gewächsäuser. Da habe ich die Hauptteil. Ja, gut. Okay, da habe ich die Hauptteil. Okay, da habe ich die Hauptteilung an der Akademische Einrichtung an der Akademische Einrichtung an der Akademische Einrichtung an der Akademische Einrichtung. Ich war jetzt eigentlich nicht wirklich so... Ich war es gar nicht. So schon zum Aum. So zum Aum. Naja. Werde ich im nächsten Haus besser machen. Wobei ich hier nicht sicher bin, ob ich das beim nächsten Haus machen möchte. Aber es wäre schon interessant zu wissen. Und da wären wir eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Nö, ich folge Professor Wiese jetzt nicht. Sprache mal. So, bevor ich da jetzt weitermache. Willkommen, Hogwarts. Da habe ich noch mal ein Spiel. Manuell, automatisch. Ähm. Lade ich das noch mal. Stelle mich noch mal Ihnen vor, aber... Gebe jetzt noch andere Antworten. Das würde mich jetzt schon interessieren. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Das hilft gar nicht. Das hilft gar nicht. Kann ich dir helfen? Ah. Du bist neu in der Fünften. Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Danke. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Es war ein Freund von Professor Feeck, der zufällig mitgekommen ist. Trotzdem. Beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Feeck gut geht. Natürlich war es grauenvoll. Aber auch ein Abenteuer. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Ehrlich gesagt, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erst mal. Wir können später reden. Okay. Äh, das hatte ich jetzt schon mal. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Hat mich gefreut, Sebastian. Ich lasse dich mal weiterlesen. Hat mich auch gefreut. Viel Glück heute. Hm, interessant. Ach komm. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatz. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist die neue Slytherin, die gestern mit Professor Feig hereingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag. Die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Feig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Vielleicht hätte Professor Feigs Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Okay. Ich glaube, ich habe was gehört. Mixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl die neue Fünftklässlerin. Ich bin Ominous. Ominous Gorms. Hat mich gefreut, Ominous. Seine Ankunft war gewiss denkwürdig. Ich wäre viel lieber pünktlich und ohne einen Drachenangriff angekommen. Das glaube ich. Furchtbar. Ich kann es mir vorstellen. Also schön, dich in Slytherin zu haben. Lass mich wissen, ob ich dir in den ersten Tagen hier behilflich sein kann. Okay. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ist der Slytherin Neuzugang aus der fünften Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Ach, hier ist das. Okay. I guess. Was ist jetzt hier? Das geschworen. Naja. Gut. Ich meine, ich habe jetzt eher. Ich will das jetzt nicht nur ein zweites Mal hören, äh, von Professor Weasley. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es dann so ist. das reicht erst einmal sie haben heute noch unterricht in zauberkunst und verteidigung gegen die dunklen künste und ich möchte dass sie schnellstmöglich hocksmeet aufsuchen um zu kaufen was sie auf dem weg verloren haben danke professor weasley der ersten tag und sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen netterweise haben ihre professoren zugestimmt in außerschulische aufgaben zu geben sie werden rasch aufholen so versiert wie sie revelio eingesetzt haben dürfte professor finge ihnen zumindest die grundlagen beigebracht haben das hat der professor er hat nur sehr wenig über die ereignisse vor ihrer ankunft erzählt vor allem was diesen schrecklichen drachenangriff angeht ich vermute es geht bei der sache um mehr als die suche nach besitztümern und eine ausgedehnte reise zum schluss wir haben auf dem weg hierher einen kleinen umweg gemacht ein paar ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen ruinen erkundet tja professor finge hat vermutlich seine gründe die details für sich zu behalten wenn man vom teufel spricht professor finge ihnen müssen wohl die ohren klingen oh ja sie scheinen unserem neuling eine solide grundlage in einfacher zauberei vermittelt zu haben ich fürchte das ist nicht allein mein verdienst unser neu zugang hat eine seltene begabung für magie wie es scheint nun ich bin froh dass sie beide heil angekommen sind es gibt sehr gute boote und kutschen nach hogwarts aber sie kreuzen lieber den weg eines drachen ich würde nicht sagen dass ich den weg des drachen wählte vielmehr scheint es leider dass er uns wählte nun gut genug geplaudert ich muss selbst zum unterricht kann ich darauf zählen dass sie die karte im handbuch erklären professor natürlich danke viel glück heute und denken sie an ihr handbuch es ist von unschätzbarem wert für sie ebenso für mich übrigens denn ich kann damit ihre fortschritte beobachten ja professor kommen sie doch heute nach dem unterricht in mein klassenzimmer dann werde ich ihnen mehr über die erwähnten aufgaben erzählen und dann sehen wir ob wir sie zum einkaufen nicht nach hox mitbekommen mhm ok schön sie zu sehen professor gleichfalls ich hatte gehofft dass sich unsere wege kreuzen bevor sie sich ihren studien widmen habe ich sie und professor weasley etwa von ruinen sprechen hören ja so aber ich habe ihr nichts weiter über unsere reise hierher erzählt ich befürchte allerdings sie ahnt dass wir nicht ganz ehrlich sind ja professor weasley ist eine geniale und kluge hexe gut dass sie die einzelheiten zunächst für sich behalten haben wir wissen nicht wohin uns dieser pfad noch führen wird womöglich erfordert er etwas mehr flexibilität ihres zeitplans als ihr lieb ist und sie könnte sich verpflichtet fühlen dem schulleiter details mitzuteilen die unter uns bleiben sollten verstanden professor gut nun so kompetent sie auch sind denke ich ihre fähigkeit macht eine gute ausbildung unerlässlich glücklicherweise haben sie ein ausgezeichnetes gefolge von hexe und zauberern das ihnen zur hand geht apropos hand und bevor professor weasley mich wieder auf ihre so charmante art maß regelt warum zeige ich ihnen nicht den cleveren zauber den wir dem handbuch beigefügt haben falten sie die karte auf welchen zauber du kannst verfügbare aufträge auf der karte verfolgen ja das symbol zeigt die hauptaufträge an das erleben von hauptaufträgen bringt die geschichte veranstaltet neue features frei und gewährt ip einige aufträge sind durch zauberspruch und oder stufenanforderungen gesperrt in diesem feld musst du die erforderlichen stufe oder die erforderlichen den erforderlichen zauberspruch haben und den auftrag zu aktivieren neue zaubersprüche können durch erledigende aufgaben von den professoren oder als auftragsbelohnung erworben werden ja verfolge einen auftrag die karte ist verzaubert und weist ihnen den weg das wird mir sicher weiterhelfen danke sie haben einen langen tag vor sich mit unterricht und einem ausflug nach hoxmeet zur beschaffung von vorräten und eines zauberstabs sie werden müsste olivander mögen er versteht sein handwerk und ist ein guter freund ich melde mich wenn ich mehr über unser geheimnisvolles medaillon weiß konzentrieren sie sich derweil auf den unterricht denn von der magie die sie in diesen wänden lernen hängt vermutlich mehr ab als nur ihre z ags wow also ja gut oha fast die nächste schufe also das ist das mit ein toll angriff ist im ersten schultag passiert und kurz vor am ende sagt sie auch noch irgendwie zum oder sagt der charakter nochmal den wir spielen zu professor bens war das glaube ich dass das man da treuern von hoxmeet kürzlich passiert ja dann nach der nächsten haupt auftrag ist schon wieder kurz verändern ok diese verschnürkelte springbrunnen bis jetzt für die grant gearbeitet das stadt haben wir bewohren in der magischen welt ja ja das kann doch nicht so schwer sein wie es aussieht genau er war leid ach die steht von amfang an schon darf vor dem bild ok ach ich sehe es einfach nicht aber das dürfte doch hoffen wofs sagen ja hallo wir kennen uns noch gar nicht ich bin lenora verzeih mir wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke alle halten mich für durchgeknallt samantha denkt ich sei verrückt aber das liegt an diesem bild ich habe es noch nie bemerkt so wie ich Hogwarts kenne taucht ein leerer rahmen nicht ohne grund auf da steckt mehr dahinter ich sehe mich um wenn ich zeit habe könnte interessant sein ich habe mir lange genug das hirn zermatert ich hoffe du hast mehr glück als ich komm bitte zu mir falls wir da etwas das muss ein hinweis sein ich sollte schauen ob es in der nähe ist war das auf der anderen seite ja ja doch das war auf der anderen seite zurück in den rahmen mit dir kleine motte ich wusste es gibt eine verbindung ich sollte lenora sagen dass ich das ritsel gelöst habe Schiffe 2 wie viel habe ich da 215 gesundheit ok ich fange mir 200 gesundheit an und bin dann am ende mit stufe 40 bei 4000 gesundheit interessant naja so wie sieht das jetzt bei der hex aus ach ja gut was habe ich hier wieso habe ich die schon ja ok das sieht immer noch gleich aus ja ok das sieht immer noch gleich aus wusste jemand ahja mein standard naja dann muss ich erstmal was ausrüsten ok ich bekomme doch was als erscheinungsbild ok 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 ich habe Das war's. Nicht später. Entomir oder was? Die Karte verwirrt mich. Warum ist da jetzt eine Truhe? Warum wird mir da jetzt eine Truhe angezeigt? Hier an der Stelle? Na, ich habe ja noch keine Auge gehört. Das ist verwirrend. Mach nicht der... Ne, macht er irgendwie keinen Sinn. Dunkelschmiede gewarnt. Oh, sowas. Das ist das Erste, was ich bekomme. Also das ist eine Truhe. Das erste Outfit. 300, 400 Anzeige. Schön. Da kann man euch was anbauen. Ich könnte mich von der Schule werfen. Ich wette, im Hochland lernen wir mehr, als wenn wir zusehen, wie eine Ratte zu einer Öllampe wird. Das denkst du. In unserem Gemeinschaftsraum habe ich eine Ratte gesehen. Und Lampen sind praktisch. Ach komm, das würde Spaß machen. Es schadet deiner akademischen Karriere schon nicht, wenn du eine Stunde schwemmst. Ich merke schon, wir müssen hier schlecht sein. Nein, sicher nicht. Sei nicht so ein schlechter Einfluss. Tja, ich wäre mitbekommen. Aber jetzt denke ich, die praktische Sphäre, Ratten in Lampen zu verwandeln. Hier haben wir wieder Slytherin, Gryffindor und Hufflepuff zusammen. Varian Claw wird hier in dem Spiel irgendwie total ausgeschlossen. Wobei hier haben wir jetzt Varian Claw, Slytherin und Gryffindor. Interessant. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Das kann ich dir leider nicht sagen, Lenora. Du machst wohl Witze. Ja, tut mir leid. Ich wollte dich nicht ärgern. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos. Eine Motte zum Rahmen zurückgeleitet. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch guterin. Amit auch. Obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Für mich bin froh, dass es gemäßt ist. Die Motte. Wie habe ich das übersehen? Ja. Ja. Was habe ich da jetzt für eine Erschannungswürde bekommen? Outfit. Okay. Ach. Das. Moment. Was? Okay. Okay. Interessant. Aber fast nicht zu uns. Das wiederum auch irgendwie nicht so ganz. Das ist wirklich. Das ist eher mehr was für einen Mann als für eine Frau. Na egal. Ich bleib wieder so. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Und wenn Sie ha報end sind. Professor Hacken ist relativ kurreteilig. Aber sie ankomme nicht sicher auf Befeidigung gegen die donchenden Freunden. So ein Mann seine Schüterung ich noch ein Anmeldung kann. Ich bin sicher eine gute Sucherin. Ich habe scharfe Augen. Ich kann einen dünniger als Schatten im Schnee erinnern. Liegen, ich muss mich nicht suchen. Meine Schwester hat den ganzen Sommer fröhlich studiert, um sich vorzubereiten. Sie war sauer, dass es abgesagt wurde. Wie soll ich auf einen Besen fliegen? Ich habe Höhlenmaß. Das ist mir so schön. Dich sehe ich doch auch nicht an die Tränenmaß. Ich wünschte, ich wäre ein fliegender Animarus, ein Rabe oder eine Eule und bräuchte ich keinen Besen. Müssen wir wirklich fliegen, mit einem Besen der Welt zu fliegen? Ich dachte, dafür gibt es die Hilfe. Ich hoffe, ich bin irgendwann reich genug, um bei Spin-Burches jeden Besen zu kaufen. Besen sind sowas von gestern. Da reiht ich mir viel lieber auf das Klonitz her. Meine ganze Familie wurde hafetragend zugetragen. Außer mir. Das entgibt auch die Grisinnen. Ich bin nicht gerade besonders gleich. Es gibt nichts Besseres zu Weihnachten, als ein Glas Butterbier und Minzpreis mit meiner Schwester. Meine Mutter macht an Weihnachten immer Aliholzen drauf. Die ist so nett, dass ich bei meiner Brücke kaum in die Schulbüche draufkomme. Meine Brüder und ich mögen Pürbis auf zu unserem Minzpreis. Meine Tante hat uns das vor Jahren gezeigt. Mein Bruder ist im Porto gerade Kultenburg zugeteilt worden. Ich dachte, er käme nach Slow-Bee. So müssen wir ehrlich sein. Ach, halb die Klappe. Der einzig nützliche Zaubertrank ist das Schlafmittel. Am besten geeignet für Geschichte der Zauberei. Ach, jeder weiß, dass du einen Zaubertrank bist. Es lohnt sich kaum, für Zaubertränke zu lernen. Es sei denn, du erwartest, in nächster Zeit vergibbar zu werden. Ich würde gerne deine Eltern sehen, wenn sie am Ende des Schuljahres einen Monten bekommen. Vielleicht solltest du an deinem Pflichtkrank arbeiten, damit du sie als Schafe suchen und ihnen weismachen kannst, wie toll du bist und wie du die Erwartungen übertroffen hast. Ich würde am Wochenende gerne ein Schaufenster ohne den Hopsleet machen. Die mehr füllen mir leider noch mal nur. Warst du mal in einem der Dörfer rund um Hopsleet? Da könnten wir doch mal einkaufen. Ich suche noch nach einer guten Auslegung, um bei Ollivanders einen neuen Zauberstamm kaufen zu können. Ich könnte den ganzen Tag lang Schachteln hoch machen. Patrick Redding ist ziemlich finster dafür, dass er Inhaber des Honig-Tops ist. Ich bin jetzt nicht so gut, weil meine Wasserwege nicht gut wollen, weil ich es nicht so gut sehen kann. Ich habe sie häufig nicht, wie sie mit ihren Pflanzen leben. Eine wichtige Rolle von Teilen. Meine ganze Familie muss auch nicht so gut sein. Außer mir. Das eigentlich auch nicht so gut sind. Ich bin nicht gerade besonders viel einig. Ich freue mich darauf, um die Ferien nach Hause zu fahren. Die Gräbis-Pasteten meiner Mutter sind die besten. Meine Mutter mag mal keiner mehr Arling-Hotzen-Torten. Die ist so nett, dass ich bei meiner Fugler kaum um die Schulgänge gehen konnte. Es gibt nichts Besseres zu Weihnachten als ein Glas Butterbier und Moonspreis mit meiner Schwester. Meine Mutter ist im Hortwort gerade für mich vorzugeteilt worden. Ich dachte, ein Händler-Sorten. So müssen wir jetzt. Es gibt nichts Besseres, als ein Wind in den Haken, wenn man auf einem D-Sorten geht. Ich weiß nicht so. Sie sind sie auf einem Schaden, aber nochmal nicht so hoch pipes. Doch ich habe mich bei meinem D-Sorten vielleicht hast du dabei bezüglich genug vorgelegt. Das war dann zum gotta machen. abgebildet. Was ist denn so schlimm daran? Dich sehe ich doch auch nicht um die Türmenrasen. Ich wünschte, ich wäre ein Fliegender Animagus. Ein Rabe oder eine Eule. Dann bräuchte ich keinen Wesen. Müssen wir wirklich gegen einen Wesen haben? Ich dachte, dafür gibt es Zügel. Ich hoffe, ich könnte irgendwann reich genug, um bei Spinpwiches jeden Wesen zu kaufen. Wesen sind sowas von besser. Da reite ich noch die Liga auf den Kursen her. Zuerst dachte ich, Professor Barlow wäre viel zu lumpen an der Erde unten. Aber egal ob die Lamperskorps und Spulenbrüder sind, die Kette hinbekommen auf. Wo manche mag Professor Schaar unnötig sein, aber ich kann sie lesen wie eine Sterbenkarte. Sie hasse Zeitverschwendung. Und hast du gesehen, wie die Professoren unsere Klamotten anschauen? Jetzt sieht es nicht an, als wäre ich arm. Er denkt bestimmt, ich hätte die Mühe. Ich weiß nichts über den Nigals, aber Hauen hat mich mit uns eingeschüttet. Sie sprach von einem Kollegen, der sich mit einem Greif angefreundet hat. Da habe ich ihr von dem Greif erzählt, der unser Kanin hier stehen wollte. Meine Schwester hat Steine beworfen, bis er abgehauen ist. Ich dachte, Hauen wäre beeindruckend, aber dieser Blick? Sie sagte, legen Sie sich nie mit gefährlichem Tierwesen an. Wenn ich frage, sind Sie das gefährliche Tierwesen? Oh, hast du schon von unserem neuen Zauberspruch und Zauberkunst gehört? Ich kann es kaum erwarten. Wie du morgen bist, stimmt's? Ich weiß nicht, ob ich Professor Weasley oder Professor Hackett mehr mag. Hackett? Nein, Weasley. Ach, sie sind beide Teufel. Wie viele Briefe wohl jeden Tag in Hogwarts ankommen und geschickt werden? In Hogwarts-Landerei muss es hunderte von Eulen geben. Ob es wohl noch unsere gibt? Ich habe ewig keine Eule mehr geschickt. Mein Vater sorgt sich sicher schon. Hm, vielleicht nicht geworfen. Ich würde gerne Briefe von zu Hause bekommen. Ich will wissen, was meine Schwestern tun. Die Jüngste lernt gerade, wie man den Garten entblomt. Eulen müssen sehr gefährlich werden sehen. Wenn sie all die Kiefer aus und von kommen. Ich finde ja kaum die Gemeinschaftsbombe. In unserem Schlafsaal streicht schnell die Jüngste. Ein Mädchen. Sie hübe zu warten sterben. Regeln gegen Tierwesen in Schlafseen sollten durchgesetzt werden. Nur weil es ein Knuddel noch war. Slytherins haben das Buch. Ihre Schlafseile zeigen zu sehen. Und das ist so beruhig. Und die Jungs merken. Die Geräusche aus ihrem Schlafseil grünen, als würden wir neben einem Raunen schlafen. Wir hätten im Schlafsaal mehr Spaß, wenn die Vertrauensschüler in den Pferden unterwegs waren würden. Die Macht sollte in den alten, reinblütigen Familien wie den Blacks bleiben. Wir wollen ja kein Gesunde am Steuer. Sagt zumindest meine Mutter. Dass Black noch Schulleiter ist. Er hasst diesen Geburt. Und an Galilien würde ich ihn sicher auch nicht machen. Ich dachte, Professor Black wäre alle mobilständigen Schülern los geworden. War wohl zu viel verlangt. Der Schulleiter sollte sich zurückziehen. Und Professor Winsley das Rudel überlassen. Gut, dass sich Anne Slytherin um die Schule kümmert. Er wird auch die schweren Entscheidungen treffen. Ich würde am Wochenende gerne eine Schaufenster wie in Hogsfield machen. Wir merken an die Nagel die Glaminen. Aber Hogsfield soll nett sein. Oder war's Lower Hogsfield. Naja, beide Hogsfields. Ich suche noch nach einer guten Ausrede, um bei Olyvenders einen neuen Zauberstab kaufen zu können. Ich könnte den ganzen Tag lang Schachtel aufmachen. Warst du mal in einem der Dörfer rund um Hogsfield? Dann könnten wir doch mal einkaufen. Nicht fürs Klinik von Wasser, den ich bekälen würde. Ich habe sie neulich erwischt, wie sie mit ihren Pflanzen gehen. Eine wichtige Unterhaltung. Die Jungs schauen in letzter Zeit so verlegen. Irgendwas stimmt eigentlich. Warum will sie, dass ich immer Mega-Power-Krank in meiner Tülle habe? Die Mädchen und ich haben die ganze Nacht Briefe von meinen geheimen Verehrern gelesen. Sie sind sicher total neidisch. Ich habe Süßigkeiten aus dem Honigtopf geholt. Die teilen wir uns weiter mal. Aber keine Sorge trotz. Nicht nur im Schlafen gehen. Ich dachte, es wäre schwer, sich an einem Schlafsaal zu bewegen. Aber ich mag die Gesellschaft. Meine Familie legt das Regen einfach im Blut. Kein Wunder, dass Vintage's unbedingt will, dass ich dort einen Wesen kaufe. Warum sollte ich hören wollen, was du gut kannst? Angeberei ist eine eigenschaftliche Muggel. In der wilden Zauberei kommt so etwas nicht mehr. Ich habe fast alles über die Urbildaufstände auswendig gelernt. Du kannst mich alles abfragen. So wie ich zaubert niemand. Ich lasse mich nur noch ein Besseren belehren. Dieser Erdkessel mit dem geschwollenen Fauch. Das war ich. Ich glaube, es ist ein Zeichen, wenn man in etwas die Beste ist. Mir zum Beispiel hat Hackett gesagt, ich wäre eine gute Auge. Ach, halt die Klappe. Hast du zufällig Adrian Zweige? Ich wollte einen Vergesslichkeitstrank brauchen, aber ich habe vergessen, wo ich meine hingelegt habe. Ach, jeder weiß, dass du einen Zaubertrank in Raffel bin. Der einzig nützliche Zaubertrank ist das Schlafmittel. Am besten geeignet für Geschichte der Zauberei. Ich würde gerne deine Eltern sehen, wenn sie am Ende des Schuljahres deine Noten bekommen. Vielleicht solltest du an deinem Riesentrank arbeiten, damit du sie als Schafe suchen und ihm weismachen kannst, wie toll du bist und wie dir die Erwartungen übertroffen hast. Ich sage ja immer, Reisen erweitern. Ich sage ja immer, Reisen erweitern. Ich sage ja immer, Reisen erweitern. Speaker 1 Ich sage ja immer, Reisen erweitern. Ich sage ja immer, Reisen erweitern. Ich sage ja, Reisen. Tudel, der ist so, war es favorites. Gibt es nicht so, war es? Jenseit. Wie ist es nur, war es? Ich sage ja immer, es geht nicht so. Ich sage ja immer,алиhe, alles! Ich sage ja immer, was das werfen darfst. Du sowas, was geschehen solltest du immer noch? Rebellion 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Das war's für heute. Das war's für heute. Adieu. Das war's für heute. 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 Genau so. Sehr gut. Und dann los. Das war's für heute. Perfekte. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut. Sehr gut. Das war's für heute. Schön, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo. Danke. Und... Das war's für heute. Das war's für heute. Und... Das war's für heute. Und... Das war's für heute. Das war's für heute. Und... Und... ein Schwe... und... 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 ... Und... Und... ... 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 Ich muss es von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache. Aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Salo ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Fidelio. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Hm, jetzt nicht mehr. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Ach, ich halte nicht viel von Duellen. Ich bin ein freundlicher Bursche. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen eine Expertin. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstaben. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so. Aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleicht, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. Dann bis bald. Amen. 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 Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich sehe keinen Sinn in organisierten Duellen. Nutzlose Kämpfe, wie ich finde. Das ist überhaupt nicht sinnlos. Es erfordert Koordination, Reflexe und Zauberkunst. Gib der Sache nur mal eine Chance. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du eine Partnerin mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Lass mich antreten. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Äh. Kein救! 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 Kein zug! Kein flav+. Kein Savage! Kein guiding. Kein dadurch eine Auldeik. Das war's mit meiner Bitte. So könnte ich mich nie verlieren. Das war's mit der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Wenn du wieder einen Partner für die gekreuzten Stäbe brauchst, frag mich gern. Amen. Das war's mit meiner Bitte. 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 Danke, Professor. Und Mr. Ollivander startet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Hm. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe Sie öfter mit Ihnen gesehen. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Scherben begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronins Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Buttermier genießen. Ha! 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 Hallo! Huh! Hallo! Hallo! Das war's für heute. Das war's für heute. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ah, da sind sie. Können Sie mir vielleicht einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Hm, klingt, als könnte es nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden Sie von Ihnen Vorbereitenden der Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Hier bin ich richtig. Wo ist die aufliegende Seite? Geschafft. Hier muss irgendwo eine fehlende Seite sein. Not hier. Was ist das? Ich hoffe, die ersten Aufgaben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellt sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Das ist ein Fokus für Ihre Magie. Das ist ein Fokus für Ihre Magie. Sehr gut. Dann kann ich die Gerät nicht mehr drauf. Es funktioniert nicht wie Verzaufl scheint, was? Haha. Gesellschaft. Es gibt dünn. Ich nehme meine Aufrufen-Sauberfläche. Ich nehme sie an. Ich nehme Sie nach. Ich nehme sie advanced. Ich nehme sieίνe das also. Ich nehme eineinne, die Dinge, die erlinnen. Ah, ah. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Problem leer war. Oh je, dafür bekomme ich Ärger. Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Klingt ziemlich kompliziert, nur um keine Bücher tragen zu müssen. Vielleicht. Aber einfach ist langweilig. Neue Zauber müssen ja irgendwo herkommen. Warum nicht von mir? Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen. Aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Skribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur fünf Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Könnte ich, wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Ich muss diese Bücher mit Akio heranholen. Geschafft. Fehlen nur noch vier. Akio! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Lumos! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, mein neuer Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja, seitdem ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf, selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir? Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich auch. Danke übrigens. Natürlich. Du bist die Einzige, die mich im Duell besiegt hat. Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten. Apropos Weasley. Sie scheint dich echt ins Herz geschlossen zu haben. Wirklich? Das höre ich gerne. Ich bin überrascht, dass Professor Weasley mir etwas anvertraut, so oft, wie ich schon nachsitzen musste. Du musst also ziemlich oft nachsitzen. Nur so viel, wie nötig ist. Schön, dass ich helfen konnte. Schön, dass ich helfen konnte. Also, wie hast du es dir mit der Bibliothekarin verscherzt? Tja, das liegt wohl an unseren Meinungsverschiedenheiten. Sie ist der Meinung, ich sollte die verbotene Abteilung nicht betreten, aber ich sehe das etwas anders. Oh, einen Moment. Hier kann man gut Florfliegen sammeln. Sie sind hübsch, aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke. Oh, das ist der Meinung, ich sehe das nicht. Meint ihr Profi, hat die Evo-Greipe schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher stolz, Herr Dorn. Links siehst du den verbotenen Wald. Schüler haben dort keinen Zutritt. Daher dein Name. Richtig. Sie halten ihn für zu gefährlich. Ich finde, sie sollten mehr Vertrauen in unsere defensiven Fertigkeiten haben. Ah, gleich hinter den Ruinen sieht man schon Hawksmeat. Hattest du schon Gelegenheit, das Schloss zu erkunden? Ein wenig. Es ist gewaltig. Das stimmt. Ich bin schon fünf Jahre hier und stehe immer noch am Anfang, um die Evo-Greipe zu entdecken. Aha. Irgendwas, was du mit uns teilen möchtest? Irgendwann vielleicht. Ich kann dir schlecht all meine Geheimnisse verraten. Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du so gut im Ruilieren geworden bist. Ich kann dir nicht sagen, wie du so gut im Ruilieren geworden bist. Ich kann dir nicht sagen, wie du so gut im Ruilieren geworden bist. Ich fand Testrale, die Kutschen ziehen, immer etwas grausig. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen sie gar nicht sehen. Aber du kannst sie sehen. Leider. Aber du selbst hast auch schon einiges gesehen. Vor allem diesen Drachenangriff. Hoffentlich verläuft dein restliches Jahr ruhiger. Ja. Und jetzt fern sie. Mr. Moon, der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unsere Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Sallow. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ein Demi-Geist? Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Mr. Moon ist recht eigen. Meine Schwester Anne mag ihn. Aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Oh, ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja, besser gesagt, sie war es. Zurzeit ist sie krank, aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Ehrlich, wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte... Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Es zieht uns hin wie die Motten zum Licht. Also, wie machen wir es? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja, Dipthamsam, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Denk daran, hab Spaß. Es ist Hogsmeade. Ich muss kurz in die Nähe des Zauberstab. Ich bin der Leer. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein neugieriger Geist. Ein neugieriger Geist. Ein neugieriger Geist. Lumos. Ein neugieriger Geist. Ein neugieriger Geist. Mit Tildas Schülerin also. Dachte ich mir, dass Sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex. Aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran. Dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen. Aber ich überlasse einen Pflanztisch und eine Tränkestation. Ja? Ich denke schon. Gut. Es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Wenn Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Wenn Sie sich ruhig den Rest meines Inventars anbelangt, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Okay. That's you. Okay. oo Die Fähne erscheint wie ein armloser Spaß, aber nicht, dass man gerade von Callum Snelling fliegt. Reveilio. Ein Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Ein Moment bitte. Ah. Guten Tag, ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie es. Gestanden, Gerbolt Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Hm, äh, nein, 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 du nicht. Ah, ja. Ja. Mächtiger Kern. Zehneinhalb Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Hm, seltsam. Äh, nochmal, na los. Schwenken Sie richtig. Ruhig. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Ah, hm, vielleicht. Ja. Edelholz. Dreizehunddreiviertel Zoll. Drachenherzphase. Probieren Sie diesen aus. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Gut. Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Nehmen Sie. Faszinierend. Wirklich interessant. Faszinierend. Wirklich interessant. Wirklich interessant. Wirklich interessant. Faszinierend. Faszinierend. Wirklich interessant. Faszinierend. Wirklich interessant. Faszinierend. 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 Wirklich interessant. Faszinierend. 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 Das war's für heute. 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 Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben? Oh, guten Tag. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich sollte Sebastian suchen. Das war's für heute. Ich habe alles für heute. Das war's 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 für heute. Oh, nein. Das war's für heute. Rebellion. Das war's für heute. 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 Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da bin ich ganz deiner Meinung. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Wenn da drin nicht das totale Chaos herrscht, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen. Wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Renrock arbeitet mit Rookwood? Der Kobold vom Tagespropheten? Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, los. Gehen wir in die drei Besen rein. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sage Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh. Ein neues Gesicht in meinem Laden. Ich bin das erste Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst. Trolle? In Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Hm. Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn Sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an Ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Gallione nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle, Renrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. In diesem Sinne, ich denke, wir sollten zum Schloss zurückkehren. Oh mein Gott. Ich bin froh, dass Sirona da war. Ich sagte doch, sie ist eine von den Guten. Ja, das sehe ich. Sie schienen gar nicht eingeschüchtert von Rookwood und Harlow. Du musst mir aber erklären, warum Victor Rookwood es auf dich abgesehen hat. Vielleicht später. Erstmal sollten wir zurück ins Schloss. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich riskiere lieber keine Strafarbeit, weil wir zu spät zurückkehren. Die Stützer wird in unserer Zeitpunkt 3 Euro get kijken. Ja, komm her. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020